Herzlich Willkommen bei Chef in the Woods, schön seid ihr diese Woche schon zum zweiten Mal wieder dabei, freut mich sehr, ich werde das neu einführen, Sommermonate, immer mittwochs, auch ein Video, meistens einen kleinen Drink oder so etwas. Heute habe ich mich entschieden für den Alabama Slammer, das haut nicht so richtig um, ganz einfach gemacht, ganz schnell gemacht. Gin nach Wahl, 4 Centiliter, Sausen Comfort, ich kann das Zeug nicht saufen, pur, aber so auf jeden Fall, gleich viel. Das Ganze wird abgerundet mit Amaretto. Aufgefüllt mit Orangensaft, auffüllt mit Crushed Ice, Deckel drauf, Glas vorbereiten, eine Scheibe Orange da rein, wir schütteln das, bis der Becher beschlägt. Noch mal ein bisschen Eis dazu, Deckel drauf, Deckel runter, Orange als Garnitur, Freunde. Zum Wohl. Alter, richtig geil, der Amaretto kommt so richtig geil da durch, sorgt für eine erfrischende Süße, sag ich, den Mandelgeschmack, erinnert an Tonka Bohnen im färtesten Sinn, richtig geil mit den Orangen zusammen, Sausen Comfort, passt sowieso alles mit Orangen. Ah Leute. Herrlich, für heiße Sommertage das beste, kühlen Trink nach der Arbeit. Macht den nach, lasst mich wissen in den Kommentaren, wie euch das geschmeckt hat. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, hier macht ihr ein Like, da lasse ich euch Cocktails und da, Freunde, Mac & Cheese. Wir sehen uns am Samstag bei Chefinut.